Also die beratende Funktion, die habe ich ja seit Weihnachten inne, aber die ist im Endeffekt zu weit entfernt. Das ist eine externe Beratung, also diesen Weg wird es sicherlich mit mir nicht geben. Entweder es kommen Ergebnisse raus, wo man etwas Vernünftiges zustande bringt, aber eine Alibi-Funktion oder sowas werde ich sicherlich nicht übernehmen. Das ist jetzt zu weit vorgegriffen, es ist noch nicht so weit. Wir müssen die Gespräche abwarten. Also ich gehe davon aus, dass ich bei den Gesprächen dabei bin und dann wird analysiert und dann werden die richtigen Entscheidungen getroffen. Hoffe ich. Ohne Wenn und Aber. Ohne Wenn und Aber. Personen unabhängig. Es geht um die Sache, wer Verantwortung übernehmen muss, wer die Verantwortung hat und dann werden die Entscheidungen getroffen.